Also als Urlaubsland, ich gehe auch noch oft nach Polen, Freunde besuchen dort, aber als Urlaubsland, so mag ich am liebsten Italien, ja. Nichts gegen Polen, aber Italien ist mein Geheimtipp für Urlaub. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, kennt ihr Italien? Okay, die Hälfte hat wieder Ja gesagt, der Rest, ich erkläre, was Italien ist. Italien ist ein Land im Süden Europas, das haben wir hier geschrieben, die gleiche Person wird dann wieder Arjen und Parla. Siehst du, wegen Leuten, mit dir erkläre ich das. Ich habe mal so eine Doku gesehen über Mafia-Bosse im Knast und da hat sich einer so richtig über das Essen beschwert. Er hat so gesagt, boah, die größte Strafe ist das Essen in dem scheiß Knast. Und ich so, du bist Mafioso in Italien, du bist im Knast in Italien, du kriegst vielleicht nicht das beste Essen, du kriegst immer noch italienisches schlechtes Essen im Knast. Und er hat so beschrieben, so, boah, immer nur zermatschte Kartoffeln und weichkochtes Gemüse. Und ich so, ach krass, in italienischen Gefängnissen wird deutsche Küche serviert. Und ich so, ach krass, in italienische Gefängnissen, wird hier passiert.